Sie ist eine Lehrerin. Er ist ein Arzt. Er ist ein Arzt. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mädchen. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Junge. Ich bin eine Lehrerin. Ich bin ein Anseignant. Wir sind Lehrer. Ich bin ein Mädchen. Wir sind Mädchen. Ich habe ein rotes Fahrrad. J'ai un Vélo rouge. Ich bin ein Junge. Jetzt bin ich ein Jinchen. Ich bin ein Junge. Vielen Dank.